Auf Wiedersehen! So, Hansemann. Na klar, die Jungs haben sich verdient. Aber auch Arbeit. Das ist ja so. Ganz viele fangen ja mal so mit YouTube an. Und hören viel zu schnell auf. Die hören viel zu schnell auf. Es gibt aber auch Leute, die kämpfen, die kämpfen, die kämpfen. Ich zeige euch mal einen. Der wirklich kämpft. Der kämpft richtig. Der freut sich bestimmt auch mal über ein Abo von euch. Dann ist der Virus. Virus hat 462 Abos. Der macht Let's Plays, der liebe. Und der ist auf jeden Fall... Wer hier meint seinen Livestream? Ja, dann macht er gerade einen Livestream. Das ist ja geil. Der ist sogar gerade live. Der ist am Cashspiel Dead by Daylight. Der macht richtig coole Sachen. Und er ist so... Ich wünsche ihm so sehr, dass der echt mal viele Abos hat. Weil er gibt nicht auf. Er gibt nicht auf, der gute Virus. Er gibt nicht auf. Der ist so aktiv. Und er kämpft und er kämpft. Und ich hoffe so, dass er irgendwann endlich auch mal damit durchkommt. Der macht so viele Videos. Der macht so viele Videos, der liebe. Und schaut mal, der macht in der Woche mehrere Videos. Wolfenstein, Bad by Daylight. Ich wünsche es ihm einfach. Ich wünsche es ihm einfach, dass der liebe durchkommt. So, okay. So, die Rechtschreibpolizei. Wir sind jetzt auch am Start. Schön, dass du da bist in der entspannten Runde am Abend. So, was ist das Twitch Prime eigentlich? Haben wir gerade schon so ein bisschen erklärt. Kannst umsonst Serien und Filme gucken, Musik umsonst hören. Und du kriegst umsonst, wenn du bei Amazon bestellst, umsonst deine Pakete nach Hause. Und die meisten gucken Filme, so Serien. Alle Serien, die es gibt, kannst umsonst da gucken. Am Handy und am Fernseher, überall. So, weißt du jetzt, wer dich besessen hat bei der Sitzung? Nein, weiß ich noch nicht wirklich. So, Paracris, hallo Marc, ich grüße aus dich. Los alle kurz zu Virus. Der wird, hey Leute, der wird sich mega freuen. Ihr könnt mal so ein Ride zum Virus mal rüber machen. Der wird gucken, hey. Das ist geil. Das wäre eine richtig coole Aktion. Wenn ihr alle mal kurz in seinen Stream geht. Ich glaube, der guckt doof. Das ist eine geile Idee, Rastowatt. Einfach mal alle so ein Raid einmal rüber zum Virus Vision. Einfach mal in seinen Stream rein. Und dann sagen, Gruß von Marc aus dem Livestream. Also, das wäre richtig, richtig fett. Ich glaube, ich betreibe meinen Kanal seit drei Jahren. Ja, das ist, also man muss dranbleiben. Irgendwann kommt da mal so ein Punkt, wo es dann von alleine weitergeht. Da muss man wirklich über den Punkt, du musst konstant bei YouTube sein. Du musst dranbleiben. Du darfst nicht aufhören. Die Rechnerpolizei. Wann hast du angefangen? Mit dem Stream? Vor etwas über einer Stunde. So, Jenny, meine Firma sehr cool. Ich koste mir das über meinen Fire TV Stick. Ja, Fire TV habe ich auch. Also, ich nutze das auch. Und da habe ich halt Amazon Prime und Netflix darüber. Gottlocker, wie ist das denn da? Bewölkt und ein bisschen, ein bisschen wolkig. Aber sonst ist es eigentlich cool. Also, ist das all so wie Amazon Prime? Also, dieser Fire TV Stick von Amazon, musst du dir vorstellen, da ist so ein kleiner Prozessor drin, so ein kleiner Computer, den schließt er im Fernseher, im USB-Port an. Hast dann, auch wenn du Amazon Prime hast, kannst du die Filme drüber gucken umsonst. Kannst auch Filme ausleihen, die werden dann über Amazon bezahlt. Du hast dann Amazon Music, kannst Musik hören. Also, es ist schon geil, ne? Das ist schon richtig geil. So, sind schon welche von euch beim Virus im Stream drin? Ja, das wäre cool. 15, ja geil. Ja, das ist geil. Virus kreuzig, lieben Gruß zurück, wenn wieder da. Mag du eine Knogele? Also, ich habe Virus gerade nicht an. Ich gucke mal, ich mache das mal eben. Ich gehe mal auf Standardansicht. Gruß aus meinem Stream. Was ist noch auf, jetzt heute? Ich mache mal Kopfhörer auf. Achte Zuschauer, Leute, ihr seid ja liebe Grüße vom Markt. Liebe Grüße am Markt zurück. Liebe Grüße am behind you. Liebe Grüße am Markt zurück. Alter, what the fuck is that, ihre Leute, Leute? What the? Ich will ja auch überlegen. Ach, ich mag sowas. Ich mag sowas. Der Virus, der ist so lieb. Ich mag den. Ja, ich schaue mal bei Virus vorbei. Also, schöne Grüße. Und schöne Grüße von LeanVirusVisions. Ja, der hat für den. Den lieben Behind you. Genau. Mein und deinen Freund und natürlich an euch. Liebe, liebe, ganz liebe, fette Grüße. Ach, Marc, ich liebe euch. Danke, Digga. Oh, geile Sache, ey. Du bist das richtige Fick-Schnitzel, ey. Fick-Schnitzel, ey. Fick-Schnitzel, ey. Sehr geil, der macht geile Sachen. Der ist wirklich, der macht jeden Tag, Leute, ne? Der macht jeden Tag streamt der irgendwas. Das war's. Äh, Tobias Reinicke, sub des Tages. Danke, Dude. Sehr geil. Das sind, weißt du, das sind so Leute. Echt, den gönne ich das. Ich gönne so Leuten, das, weißt du. Äh, wenn jeder so viel aktiv ist und, äh, da ist dann irgendwo, wo ich dann sag, na, na, das, das, der muss sich helfen irgendwo. Fick-Schnitzel, ne? Weil, genau. Haha. Ich bin an den Offen. Das ist geil. Das ist doch geil, ne? Wir gucken live, im Livestream, ein Livestream. Das ist doch geil. Haha. Natürlich richtig geile Fick-Schnitzel. Hahaha. Da war er's offen. Genau. Okay, der ist runter? Soll ich, äh, soll ich rüberkommen, oder? Oh, wir schocken den mal. Ah, da ist doch wieder ein Laufraket unter dem Herrn, ey. Oh, der ist tot, ja. Alles klar. Das ist doch geil, oder? Ist das geil. Danke, danke. Hier, die Klonette, ja. Äh, Vieralafin. Er hat zuverdehnt, Leute. Vieralafin. Vieralafin. Danke für dein Zapp, das sag ich, geh raus. Oh, Leute. Danke, Marc. Danke. Oh, Heizjo. Vieralafin. Ich kenne den schon so lange, ne? Ich kenne den schon so lange. Ich kenne den schon, da habe ich noch meinen, ähm, meinen kleinen eigenen Kanal früher gehabt und da habe ich schon mit ihm geschrieben und, ja, sowas mache ich gern, ne? He, he, er hat zuverdient. He, he, Düsseldorf. So, wir schauen auch mal demnächst mal rein, wenn man Hauptstream haben. Ist das geil, oder? Ja, guck mal, wir haben nur gerade mal 81 Leute im Stream, ne? Überleg mal, wenn ich das mache, wenn ich das mal über YouTube und Facebook und Insta sowas bewerbe. So. Das ist Freude, ne? Ich finde das geil. Der ist so nett, ich mag den. Er hat so verdient. Das könnte ich jetzt ewig anschauen. Alles klar, sieben Daumen auf, Leute. Ihr seid der Wahnsinn, das glaub ich schon nicht. Marc, du bist der geile Nudel. Ohne nichts, weiß du, erst mal recht herzlichen Dank. Der ist echt, der ist echt super sympathisch. Hallo, willkommen, Snackbox. So, lass mal auf, jetzt zippen wir mal eben. Wollen wir da raus. Hallo Snackbox, grüße dich. So, ich sag Ihnen da mal Tschüss, ne? So, dann will ich mal sagen, auf, los geht's los, Leute. Das ist geil, du du ein Sport, das wohl kann man nicht. Nein, nein, nein. Da legen wir die Virus, die schon, das liegt heute mal für euch auf. Ah, lalala. So, wir kommen. Dann hören wir da raus, viel Spaß. Danke, Marc. Liebe, 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 recht herzlichen Dank, lieber Marc. Geh, leh, leh. Ach, Leute, ich mag sowas, ich mag sowas. Ja, vor allen Dingen, äh, man muss nicht immer nur an sich denken, ne? Das ist so. Aber ich finde schon krass, oder wenn man mal überlegt, so, was du für einen Einfluss hast, wenn du, wenn du, äh, wenn du eine hohe Reichweite irgendwo hast. Ich finde das schon, schon beängstigend manchmal, ne? Was man so erreichen kann irgendwo. Und guck mal, wir haben jetzt gerade mal nur 86, wo es ein spontaner Stream jetzt hier ist, wo ich niemandem was Bescheid gesagt habe auf Twitch, wo wir nur, äh, eine kleine Handvoll, ähm, äh, im Grunde Abos haben, ne? Und natürlich, wenn die jetzt wieder geht, ist das absolut, äh, verständlich. So, mach mal ready here, Snackbox, danke. Und, äh, ähm, ich werde auf jeden Fall öfter streamen, zwischendurch, dead by daylight, so ist das nicht. Ähm, ich habe auch in Steam, habe ich eine Gruppe, wer da reingeht, kriegt natürlich eine Mitteilung, oder eine, wenn ich auf Stream gehe, eine Benachrichtigung, also vielleicht mal nicht verpassen, vielleicht mal beitreten. Ich suche auf jeden Fall einen, der zuverlässig ist als Admin, ja, der so ein bisschen die Gruppe verwaltet und ein paar Leute noch hinzufügt, die Bock haben, auf dead by daylight. Soll zukünftig noch ein paar andere Spiele kommen, auf jeden Fall. Ähm, und einfach mal auf meinem Kanal vorbeischauen, was ein oder andere Let's Play, vielleicht gefällt euch das ja. Oder, äh, ja, ich weiß, dass ich mit Community Let's Play mal angefangen habe, im Moment ist nicht, weil ich viel mit, ähm, Internet, ach, nicht Internet, weil ich viel am Arbeiten bin, im Moment, ich habe einen neuen Job und so weiter, und das frisst mich ein bisschen auf. Aber trotzdem, danke, schöne Grüße an Marc, zurück nochmal, auf jeden Fall, schreibt zurück in den Chat rein, postet den voll lieben, recht herzlichen Dank von dem lieben Viruswischungs aus dem Dauerland an den lieben Marc, mit einem Smiley, mit einem Kuss, und absolut mega geil, absolut mega geil. Das tut mir schon am nächsten Mal von den drei Leuten, ihr seid da wahnsinnig, ich liebe euch, danke. Danke, einfach danke, womit habe ich das verdient? Ich wollte heute eigentlich nur mal ein bisschen Dead by Daylight streamen, und dann kommt dann sowas. Diana, danke für deinen Like, das ist absolut geil. Ah, Mensch, danke, Jodler58, danke für deine, äh, ja, ich meine, fleißige Schreiberei im Chat, absolut geil, danke, 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 danke. Hoffentlich habe ich heute mal einen guten Tag, dann kriegt er noch eine schöne Runde mit. Meine Fresse ist das geil mit euch. Danke, also Marc, recht herzlichen Dank, ja, der liebe Marc, der liebe Marc, der liebe Marc, was soll ich dazu sagen? Marc ist einfach ein sehr guter, sehr gut, sehr, sehr, lieber netter Mensch. Ja, so ist das. Und sein Kollege, ja, einfach mal schöne Grüße auch an den, gehört sich einfach so, mitgegangen, mitgefangen. Also, vom lieben Virus aus dem Sauerland. Genauer gesagt, Schmalenberg. Vielleicht kennt das ja einer von euch, Schmalenberg. Diese Fliege wollen, jetzt, hau ab, du dumme Drecksau. Hallo, Freunde des Geilen-YouTube-Sports, grüß euch, euer Virus. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein schönes Kommentar da. Für andere Sachen gibt es dann einen Daumen nach oben. Und, falls für mehr, dann einfach unten mal den roten Button klicken. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Virus Visions. Ciao, bevau. Ciao, bevau. Ciao, bevau.